Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Minecraft Label mit Fabii Hallöchen da heute Sonntag ist bin ich natürlich in der Kirche mit dem Ausdruck also ne Spaß beiseite das ist heute Sonntag und habe die Etage fertig gebaut ja ich natürlich auch hm hab ich es auch fertig gebaut oder alles Nein ähm ja ich habe auch was fertig gebaut und zwar nicht ich bin zu zweit keine Krieger explodiert und das ist ein Wolle geformt 19 Stücke dagegen so scharf ein Scherer jetzt liegen in einer Kiste ne ja das hat der Auto denn nicht gesehen Nein tschüss Tür tja muss ich jetzt auch ändern tja das hat der Fabii abgemacht hey erstmal no joke wovon krieg grad so übertrieben Kopfschmerzen 1-3 minuten auf dem Bildschirm gucken ich fahre ich nicht alt tja 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 nicht so wenig was wir haben ja ist ja auch tja Das ist besser, weil ich habe völlig coole Häuser gesehen, aber auch aus Quarzblöcken. Also seid leise, jawohl, das ist ja wesentlich billiger wie Quarzblöcke. Haben keine Worte mehr. Wart an. Dann sind jetzt wieder Holzhäuser. Schafe. Mehr Schafe, mehr Wolle, mehr Schafe. Und du sagst Schafe, das kann ich wegmachen. Ja genau, ich habe das gesagt. Ja, hast du wirklich mal gesagt? Ja, weil du meinst, dass wir zu viele haben. Nein. Und das ist leck. So, kurz gucken, schaust du, wir bauen schon immer noch schwarze Wolle, ja, boah, ja, okay, gut. Danke, dass du mich zugebaut hast. Bitte? Alter, sind halt seine Creeper-Löcher. Ich meine, ja, ich soll es mir gerade flicken, weil dann auch ein Keller darin kommen. Ja, ich soll es mir drauf machen. Aber... Ja, also sie einrätet und kommt doch erst da oben, ne? Ja, was soll ich? Wollt ihr schon mal üben, ne? Ja. So, jetzt baue ich ein winziges Haus. Hallo? Ja, hmmm. Ja. Undkabel. ich habe keine ahnung haben wie viel ich so genau brauche das ist die wahrheit also nur so zur info dass ich habe gerade ein video also gerade eben zwischen den aufnahmen ein video angeguckt und ja das haus habe ich nur so plus minus gemerkt tun merken das muss ich ja noch merken das war schlecht so ähm okay so um ab 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 um b meistig an juhu so zu so Oh, ähm. Autsch. Schau und ich fall runter. Hm? Du sagst Autsch und ich fall runter. Dann hier ein Stück, dann... 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 Autsch. Ähm. Ich hab vorher geweint. Juhu, komm. Beifuss. Äh. Autsch. So, äh, hallo. Danke. Hi. Ach, wer geht denn schon mit dir, Mann? Autsch. Juhu. So. Autsch. Autsch. So, äh, zack. Ah, gut. Äh, nein, 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 nein. Äh, auch wenn's ein Brunnen löst, egal. Oh, neb. Reicht dann mal, oder? Was machst du denn auch? Ja, der verbaut sich die ganze Zeit. Ist sicher, dass du es nicht bist? Ja. Weil breit heißt, das wäre dann... ...und, äh, da wäre die Wand. Ah. Also zum Begradigen habe ich schon mal ein wichtiges Tool gekauft, namens TNT. Achso. Ich habe jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Gunpowder. Schau, dass das reicht, oder? Höher. Jetzt sind wir gerade. Ich glaube, das reicht, oder? Äh, du hast die Antwort im Chat gelesen. Nein. Genau. Sicher? Ja, also das reicht, aber nein. Böser aussieht. Noch mehr kaufen. Lass es fallen. 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 Hast du das noch mehr gar ein Poder kaufen? Nein, aber... Also hast du gekauft. Ja, klar. Wie hat mir das gekostet, bitte? 10k. Wie viel? 10k. Vom Geld ausgeben, der Sack. Ja, ich verdiene Geld wegen der Sack zu dir, äh... Lass es fallen. Oh, das habe ich wieder so einen scheiß Fruchtsaft bekommen, alter. Aber auch. Mann. So. Das darf ja nicht. So. Fruchtchen. Ach, du hast es für ein F... Also ein Celi, aber ich wirklich hätte es gedacht, danke. Ach, das sagt der Säure, die was. So. Da brauche ich noch Friseure. Was ist das? So, also dann Dateien Dann Bin ich gerade zurück Ach, ich will gerade zeigen Ähm Ähm Oh nee, jetzt muss ich wieder so weit laufen Bei der Farmwelt Äh, mach das Lash TP Äh, RTP RTP, was? Lash RTP Farmwelt Ja, dann musst du auf Farmwelt gehen Oh nein Achso, ich loll, ja Ja, ist Okay Och, nee, du bist im Wasser gelandet, danke Fabi Ja, tue ich auch immer Was ist denn das denn? Das ist Feuerschutz Zwei Minuten Wir müssen im Wasser Autsch Dann laufe ich jetzt gar nicht so schnell gehen Letzte an Schwimmen Autsch Autsch gefühlt hat sich die farme genau so der bogen und rüstung vielleicht noch mal eingeben und kommunen ist eine eisenschaufel ein So Nein, ich freue mich mehr, Leute. Ach, ich fühle mich dumm. Also, statt dass es Sand bei uns erbaut, wo er da hinten... Nein, ist hier natürlich Farmwelt. Man muss. Man muss nicht drei Sand mehr in der Farmwelt. Natürlich. Wow, es wurden genau drei Items geklärt. Richtig. Ja, später bringt es noch mehr, ne? So. Und wird auch keiner... Doch, echt? Aber, Leute, ich sage, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, schönen Tag noch und ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.